Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minicraft heute get down ja mal schauen ich bin nicht gut im Spielmodus Tobi kann das einigermaßen ich nicht ja ganz genau letzter Fall meinerseits ja ja der schichter nicht unwichtig die wichtigen Personen zuerst nein wir ignorieren dass du die Videobearbeitung machst ne falls es euch auffällt auch nur ganz vielleicht ich habe neues Mikro am Start hoffentlich um jeglichen Übersteuerungen im nächsten Video das vorzubringen genau warum hat dieser scheiß Coinblocker nicht reagiert das ist eh das geilste wenn die Coinblöcke nicht reagieren ihr hört auch wahrscheinlich also jetzt mal abgesehen vom neuen Mikro nehmen wir zum ersten mal gerade auch Discord auf und das bringt auch noch mal einiges an Qualität scheiße man hier werden so viele Coins gerade gewesen bei mir auch zwei stecker bis drei Stück gerade bei mir trotzdem meisten Coins von allen Map Nummero zwei öffnet da ist dass der ganze er klaut einfach b und er klaut auch noch halte ich bin gerade alle Coins geklaut. Ist ja so fies von denen. Fuck! Ich bin unten. Tja, leider ein bisschen zu schnell würde ich sagen, oder? Ja, ganz knapp aber. Boah. Ups, bis jetzt. Ihh, meiner. Ihh, wie gesagt. Aber so ein Win wäre auch immer wieder ganz cool. Ja, eigentlich schon. Nein, nein, nein. Ich bin nicht runter. Also überhaupt mal ein Win wäre immer ganz geil. So viel Selbstvertrauen und so. Boah, ich dachte schon ich krieg Heilung, man. Das bräuchte ich jetzt echt. Ich hab ein Herz. Ja, ich auch. Eineinhalb. Da tingelt man dann immer ungefähr so Schätze ab. Warte, wie viel Herzensschaden bekomme ich? Ja, ja. So anderthalb. Ah, komm ich krieg da maximal eineinhalb Herzensschaden. Ja, perfekt. Das überlebe ich mit einem halben Herz. Ah, jetzt brauche ich mal wieder warten kurz. Anderthalbherzen kamen. Lack. Ja, Heilung. Hey komm, der Win ist echt, der ist echt nah. Aber ich bin zu low, ich bin zu... Nein. Dritte Runde ist es jetzt, ne? Ja. Ja, ich hab keinen Block bekommen. Oh, da sind Coinsblöcke. Da sind Coinsblöcke. Da sind Coinsblöcke. Die holen wir uns. Ich wurde grad runtergeschlagen, aber ich... Und ich hatte Blindheit in dem Moment. Das ist echt assi. Oh. Sad life, Alter. Oh, hier sind wir wieder... Oh, hier sind wir richtig viele am Start. Alter, sind hier viele Coinsblöcke. Die holen wir uns alle. Geht wahrscheinlich nicht, aber... Zumindest ein paar. Nein! Nein! Ich hab' den Kopf angehauen. Ah, nein! Nein! Ich wär' kack grad aber auch richtig hart. Nein, wie ärgerlich das grad war. Tut mir leid, wenn ihr grad sowas anschauen müsst. Das tut wahrscheinlich bei den Zuschauer noch mehr weg. Das war doch bestimmt eh gleich wieder irgendein... Ah, fuck! Ich bin da einer gewonnen. Wahrscheinlich. Ah, kalber. Jetzt wieder mit den Coinsblöcke. Vorbeigesprungen. Super. Ja, ich spring grad auch richtig schlecht einfach. So, aber irgendwie gewinnt die man, ne? Oh, da ist noch ein. Hunderter Block. Nein. Wie ich... Wie dumm ich einfach manchmal so Sachen mach. Ey. Ich wurde jetzt grad zum zweiten Mal runtergeschlagen. Oh. Wurde am Anfang auch runtergeschlagen oft. Weil... Was mach ich? Früher hattest ja glaub ich noch... Oder? Hat es Coins... Äh, Coins gegeben dafür? Also jetzt gibt's halt Coins aber nicht so viele. Doch früher hat's mehr gegeben. Glaub ich sogar. Es zieht vor allem anderen Leuten die Coins wieder ab, weißt. Wenn du stirbst. Ja, das sowieso, ja. Schaff ich das? Oh ja. Freibes Heiß. Nein, nein, nein. Ach. Das hätt ich früher wissen können. Aber ich hab... Ja, okay. Am dritten meisten Coins. Das geht auf jeden Fall. Ich hab 400 irgendwas, oder? Schon wieder. Oh. Ah, das könnte knapp werden. Das könnte richtig knapp werden jetzt, oder? Yes. Aber irgendwie niemand traut sich irgendwie runter zu gehen, ne? Alle wollen ihre Coins sammeln. Das ist kein Rush her. Das ist echt angenehm. Ich schau nie auf die Herzen gerade. Wie dumm. Das verliere ich voll viel, man. Ah, er wollte mich nicht schlagen. Ich hab ihnen Hardcore gegeben, ne 3er Combo. Ja, immer noch ein paar Coins aufgeholt, aber auch nicht so das wahre. Schauen wir mal, was wir uns so leisten können, von dem her sind. Geld. Ich dachte schon, ich hab meine Hose jetzt nicht mehr. Ich hätte sie noch weiter verzaubert können. Ich hätte noch ein paar Coins gehabt. Naja, schauen wir mal, wie's läuft. Den holen wir uns doch One-Hit hier. Den holen wir uns One-Hit. Ja, ich hab ausnahmsweise auch mal Rüstung jetzt, also. Alter! Ja, er hat nur ein Symbol. Aber nur rückschloss mir nicht. Er ist da nicht drauf. Oh, punch, punch weg, Alter. Nein, nein, nein. Er nimmt den nicht. Ich hab nur Power, das ist bisschen ätzend. Ich hab mir den Kill, Alter. Was hat denn der für ein heftiges Schwert da, Alter? Er steilt den Kill einfach noch ganz easy weg hier, Alter. Junge, was geht nie ab? 3 Herz nur noch. Ich hab nichts zu essen, Alter. Hast du was zu essen? Ja. Droppen wir mal bitte was, ich bin hinter dir. Bist du? Hier, ja. Danke. Speed, Trank, OP. Toll. War da grad was? Ich glaub nicht. Ich bin vor allem gar nicht low oder so. Nein. Da geht er mit rein und da holt er sich den ersten Kill und dann drückt er die Kombo, dann drückt er die Kombo und dann ist er fast tot. Okay, da ist er tot. Ich versuch dem abzuschlaumen. Uiuiui. Ich hab aber echt... Ich hab aber echt... Okay, ich werd's wahrscheinlich auch nicht schaffen. Oh, der spannende Foul! Okay, das ist ja so low. Das Match. Niemand gekillt. Uuuuh, ich hab sogar einen Kill gemacht hier. Uuuuh. Naja. Sad life. Ja. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir haben jetzt übrigens einen Discord-Server aufgemacht. Ganz gerne. Link dafür ist in der Beschreibung. Da könnt ihr da auch mal vorbeigucken, wenn ihr wollt, wenn ihr auch mal so mit uns reden wollt. Oder vielleicht mal mit uns aufnehmen wollt oder sonst irgendwas. Dort werden wir dann meistens auch Streams einkündigen, wenn wir streamen. Haben wir jetzt am Wochenende auch mal zwei Stunden gemacht. Und ja. Sonst, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like damit und ein Abo da. Und ja. Bis zum nächsten Video. Will ich auch sagen. Ciao! Ciao! Vielen Dank.